Ist dir schon mal aufgefallen, wie Tiere in Gruselfilmen Geister spüren können, die du nicht spüren kannst? Ist dir schon mal aufgefallen, wie die Geister sich unglaublich schnell bewegen können? Wissenschaftler sagen, Hunde und auch einige andere Tiere können nicht fernsehen, weil ihre Augen effizienter als unsere sind und alles, was sie auf dem Fernseher sehen, nur ein Bild oder statisches Rauschen ist. Grundsätzlich bestehen Videos aus Bildern, die mit einer hohen Geschwindigkeit ablaufen, nicht wahr? Es wäre, als wenn ich ein Video hundertmal schneller ablaufen lassen würde und alles, was du siehst, ist statisches Rauschen, richtig? Das gleiche gilt für Hunde. Nun, was ist, wenn Geister nicht transparent sind? Sie sind vollständig sichtbar, aber sie bewegen sich zu schnell für uns. Vielleicht könnte das der Grund sein, warum Tiere sie sehen können und wir es nicht. Das würden die Schatten, die du manchmal aus deinen Augenwinkeln erkennen kannst, erklären. Oder was dein Haus hier gerade anstarrt. Ich denke, wir werden es nie erfahren, oder? Ich glaube, ich bin jetzt nicht interessant. Vielen Dank.